Spricht der Kapitän. Wir haben soeben unsere Reisehöhe von 0 Metern erreicht und werden Barcelona in 6 bis 8 Wochen erreichen. Unser freundliches Bordpersonal hat soeben mit dem Bordservice begonnen. Die Toiletten befinden sich in den Gärten links und rechts von Ihnen. Bodenhansa, die erste komplett klimaneutrale Airline. Untertitelung des ZDF für funk, 2017